Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnummer wird es entdeckt um zu einem neuen Zwischendurchdings wahrscheinlich mit dem Zwergfürst. Wir spielen Pony Island, ja, das Spiel hat mir die liebe Prof geschenkt, ich kenne das Spiel leider schon, deshalb bin ich nicht sehr überrascht, also ich werde nicht sehr überrascht sein, was das, ich kenne die Story schon nicht, mich wird es nicht sehr überraschen, vielleicht überrascht es den einen oder anderen von euch, was ihr hier zu sehen kriegt, also ja. Nichts sehr neues für mich, ich habe das schon bei mehreren YouTubern, zuletzt beim Gronkh gesehen, ja, der das auch schon in Let's Blade, na dann, spielen wir mal Pony Island, Optionen, zum Desktop, Grafikeinstellungen, Autolautstärke, die wir uns leiser machen, eigentlich war es ganz normal, nur so, Spracheinstellungen, nehmen wir mal Deutsch. Ja, Spieldaten löschen, äh, noch ist nichts, noch ist nichts da. So, Quillets, wir starten einfach ein neues Spiel, oder warum nicht, da gibt es nur Kreuzsymbol, na dann, ein neues Spiel. Das sieht auf einmal gar nicht mehr so, bunt und Regenbogenhaltig aus. Das ist Team Tatch, in two points. Und dann, willkommen zu Pony Island, Optionen und Hilfe, Anti-Alasin, fröhliche Fassade, verbesserter Rang, Verbesserung zur RNG, kostenlose Ticket, Ponyphysik, reparierte, reparierte Startmenü, in der Bekäufe, 1010, 110, 110, OBS, OBS, Optionen, und der Schneemann, und der Schneemann, er wird, fröhliche Fassade. Ponyphysik, schalten wir ein, in der Bekäufe ausschalten. Zurück, na dann, Quillets kann man auch noch nicht wählen, dann starten wir das Spiel, oder? Fehler, Optionen und Hilfe, Anti-Alasin, schön. Hm, okay, ich werde jetzt, das Pony anklicken. Tja, kostenloses Ticket, freigeschaltet Fahrscheine, bitte. Okay, ich habe ein Ticket, kann ich jetzt, ein kostenloses Ticket. Oha, reparierte Startmenü. Zurück, Start das Spiel. Na komm, äh, was? Okay. Okay, mit der Maus müssen wir, ne, ah, okay. Das müssen wir hier rein, sehr gut. Start das Spiel, ein harte Ball können. Es lädt. Na großartig. Ah, es lädt nicht mehr. Hm, okay, jetzt müssen wir die Club 4. Wo tun wir den hin, hier tun wir den hin, oder? Also hier, zack, sehr gut. Na, da weiter. Du musst du das einfach reparieren. Nicht wahr. Es hätte vonziert. Ich habe es 1000 Mal getestet. Punkt, 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 Punkt. Es ist gleich Zeit zu spielen. Die Musik ist ein bisschen laut. Ich versuche, sie hier über meine Kopfhörer ein bisschen besser zu schalten. Ich hoffe, dadurch geht meine Stimme jetzt auch nicht mehr so. Ah, jetzt kann ich spielen. Pony. Na komm, ich sterbe, Pony. Jump and Runkin. Das gehe ich hin. Das ist ja leis. Das Klima. Gar kein Problem. Äh, was? Erfolg, 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 Erfolg. Oh, unglaublich. Hey, gib mir Scheiße. Fortfahren. M60. M62, M33, M64, M64, M65. Ja, Erfolg. Danke, Wahnsinn. Damit schon Level 75. Erfolg, Wahnsinn. Unglaublich. Erfolg. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Vielleicht bin ich Level X. 799. Overflow, aber fortfahren. Ich habe bestimmt noch ein anderes Level gekriegen. Level 100 müssen wir noch freischalten. Ja komm, das kriegen wir hin. First try. Das kriegen wir hin. Level 100, ich komme. Level 100. Was? 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 Unglaublich. Erlebe den Rest von Pony Island. Füge deine Seele ein, unten vor uns fahren. Äh, ja. Vielleicht können wir so jetzt hier drüber und dann hier genauso. Stopp hier. Zack, zack. Und rein. Weiter geht's. Das. Arscher freigeschaltet. Keine Kapitulation. Äh. Ist abgestürzt. Pony Island funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht. Schließen. Schließen. Oha. Hier haben wir den Bildschirm. Pony Island. Hier haben wir C.exe. L.exe. T.exe. Vielhaft. Messenger. Können wir den öffnen? Können wir nicht. Können wir überhaupt was öffnen? Komplettlösung. Und TXT. Messing No. Äh. Sehr gut. Pony Galaxie. Pony Galaxie. Sehr gut. Tja. Oh. Pony Galaxie. Steuerung. Die File Tasten. Verdammt. In Space muss ich dann. In Space föhre ich. Bam bam. Ein Spiel im Spiel. Großartig. Ich meine auf uns und das ist dumm. Verdammt. Punkt 3. Punkt 3. Verbund kriegen ja. Verdammt. Na komm. Das kriegen wir noch besser hin. Verdammt. Verdammt. Es werden immer mehr. Und immer heftiger. Ach. Ich minimiere es glaube ich mal gerade. Pony Einwand. Komm da wieder rein. Pony Galaxie. Schließen. Zurück nach Pony Einwand. Messenger. Missing Nogo. Komplett gesungt. Hm. Tja. Hier nochmal öffnen. Drück klick. Neue Nachricht. Oh. Hallo. Die ganze Zeit gelesen. Was war das? Haukel ist da wohl. Hallo. Hallo. Kennst du das Essen? Bitte antworte. Hallo. Hallo. Tschüss. Hallo. Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Hallo. Wer bist du? Mein Name ist... Mein Name ist Klaus. Wow. Das ist ein langer Name. Ich bin ein Gefangener dieser Maschine. Ich möchte dich nicht in Panik versetzen, aber es ist möglich, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Ich habe einen Plan, aber nicht die Möglichkeit hinauszuführen. Du musst mir helfen. Mein Name ist Klaus. Wirst du mir helfen? Was war das? Neue Nachricht. Das wird das Tschetschenstern. Hanno nochmal. Du musst dich jetzt gut, echt gut fühlen. Du hast dich aus Pony-Erenden gehackt. Das positive Feedback für das Abschließen von Öd. Ein Name war wohl nicht genug. War nun anscheinend noch nicht genug. Es war so schrecklich, dass du fürchten musstest. Du musstest das einfach... Ähm... Wer schreibt es dir? Deine Mutter. Schreibe unter keinen Umständen jemand anderen hier. Äh, okay. Das haben wir vielleicht schon. Äh, nun mein Plan. Es gibt drei, äh... Kernprogrammdateien, von denen ein Betriebssystem abhängt. Wenn du eine löscht, dann schwächt das seine... Kraft. Wir müssen allerdings alle drei löschen, zu entkommen. Verstehst du mich? Ähm. Was? Mit wem sprichst du? Deuter Mutter. Du bist so argant. Ich habe einen Pony vorgenommen. Während sie... Was du nun davon hast. Ich habe dich gebeten, nicht mit ihm zu schreiben. Genug davon. Du gehörst nur mir. Schreibt Ja, Meister. Hehehe. Äh, ähm. Nein. 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 Verdammend. Ich habe versucht, mich zu wehren. System touch. Interpolated. Oh, weinende Ponys. Optionen. Was? Gib das Passwort. Einsterblicher. Gib zurück. Um uns zu verlassen. Falsch. Du liegst falsch. Falsch. Okay. Start. Was ist hier? Lade. Verbesserte Ladezeitern. Äh, Spinnen. Wie war nochmal die Steuerung? Ah, verdammt. Steuerung. Zurück. Wie war die Steuerung? Hm. Spieleinleitung. Optionen. Optionen. Erweiterte Optionen. Ähm. Ähm. Löse Summen. Wir können es nicht leichter stellen. Und da wäre eins Musik. Oh, cool. Musik. Hartarbeitende Hardware. Hehehe. Schön. Das ist ein bisschen hartarbeiten in der Hardware. Können wir schon machen. Na gut. Und ein Verabgeräusch. Und ein Verabgeräusch. Hüllenfeuer. Ah, angenehm. Ja, so ein bisschen leise. Leises. Hüllenfeuer. Mitte rund. Angewerbgeräusch. Antwort auf deine Gebete. Hehehe. Game Jam Musik. Game Jam Musik. Okay. Das ist so, wie können wir nicht leiser machen. Schade. Fisch. Sehr gut. Erweiterte Spieleinstellungen. Alte Prototypen. Ähm. Unbegrenzte Munition. Von Immobilien. Feierwelle. Zurück. Zurück. Sicherheitseinstellungen. Ähm. Elternliche Kontrolle. Aus. Ein. Einlauben es auf Erden zu sterben. Ja, nein. Vielleicht. Ähm. Ist mir nicht gerade. Das ist die Frage geholt. Ähm. 011. 011. 011. Chatverlauf. Tschüss. Mein Name ist Klaus. Irgendwie schon. Und dann. Nö. Wieso sollte ich denn. Deine Mutter. Ja. Meister. Du liest falsch. Zurück. Zurück. Cool. 112. 112. Oder 4. Das passen wir noch. Zurück. 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 Start das Spiel. Aber wie steuern? Wie A ist die wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie war die Sprungtaste? Das tut sogar mir weh. Wo ist die Impftaste? Ah. Hier ist die Impftaste. Ja gut. Ähm. Respawn. Verdammt. Die Monster. Ah. Sie töten mich. Verdammt. Kann ich die irgendwie abschießen? Respawn. So komme ich doch niemals weiter. Verdammt. Tja. Ähm. Falsch. Okay. Das passwort ist nicht. 4. 3. 2. 1. Du liegst falsch. Falsch. Hm. Okay. Optionen. Kapiriertes Startmenü. Hm. Obskure Optionen. Fröhliche Fassade. Hm. Okay. Gonna let you ugly. Okay. 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 Can I let you ugly? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020